54 Sport, herzlich willkommen liebe Zuschauer zur ersten Handball-Bundesliga der Frauen und da haben wir heute die Partie der Trierer Miezen gegen Frisch auf Göppingen für sie bereits. Und wir steigen ein in die Schlussphase dieser Begegnung, in der die Miezen zum derzeitigen Zeitpunkt, also eine gute Viertelstunde vor Ende der Begegnung mit 16 zu 17 ein Tor im Rückstand liegen. Silvia Solitsch hier mit dem 7 Meter herausgeholt und damit die Chance für die Miezen hier zum Ausgleich zu kommen und das sah nicht immer in der Partie so aus. Insgesamt die Miezen gut gestartet in der ersten Halbzeit, aber naja, Göppingen hat dann in entscheidenden Phasen doch immer mal wieder das Quäntchen mehr zeigen können. Sie sind ja auch der Favorit hier und naja, so stand es dann zur Pause 13 zu 16. Jetzt schauen wir erstmal, Katrin Schneider, erfolgreich und das ist dann eben genau der Ausgleich, von dem wir eben gesprochen haben. 17 zu 17, also der neue Spielstand in der Arena Trier. Was geht hier gegen Göppingen? Es ist im Moment vor allem ein Verdienst der Dame, die da hinten im gelben Trikot im Kasten steht. Nämlich von ihr und wieder geht der Ball vorbei. Wahnsinn. Denn das ist Dani Vogt, viele Miezenfans kennen sie, denn sie hat viele, viele Jahre bei den Miezen das Tor gehütet. Unter anderem eben auch zu der Zeit, als die großen Erfolge eingefahren wurden, 2003, 2005. Dann aber ist sie gewechselt, hatte jetzt die letzten Jahre in der dritten Liga bei der TG Konz gespielt und hat sich vor allem eben auch beruflich etwas orientiert. Der Schuss von Katrin Schneider findet nicht das Ziel, aber sie wurde gestoßen, deswegen nochmal Ballbesitz, denn es gibt jetzt natürlich hier die Chance in Führung zu gehen. Nun ja, und im Moment, Sie sehen es, sind jetzt 44 Minuten gespielt. Erst ein einziges Tor erzielt von Göppingen, das heißt, die haben ein richtiges Problem mit eben dieser Dani Vogt im Tor. Die ist eigentlich als Backup gekommen für das junge Torhüterinnen-Duo mit Verena Flöck und Jessica Kockler. Falls da eben eine Verletzung kommt, falls es nicht so läuft, dass da jemand Erfahrenes im Hintergrund ist, der helfen kann oder eben einfach auch einspringen. Jetzt steht sie heute hier auf der Platte und liefert sensationelle 15 Minuten bis hierhin ab. Und die Miezen haben die Chance, aus einem Dreitore-Rückstand zur Pause jetzt die erste Führung zu machen. Aber das ist die Frage, gelingt es ihnen eben hier auch zur Führung zu kommen? Das war in den bisherigen knapp verlaufenden Heimspielen. Und die Miezen standen ja mehrfach vor der Gelegenheit, hier Siege zu holen in der Arena. Doch dann haben sie es nie geschafft, den Führungstreffer zu machen. Jetzt ist es geglückt. 18 zu 17. Die Miezen führen gegen Frisch auf Göppingen. 15 Minuten sind noch zu spielen. Wahnsinn. Können sie das heute wirklich schaffen? Können sie endlich den ersten Sieg in der Liga einfahren? Jetzt erstmal der erneute Ausgleich. Beate Schäfknecht, eine der wichtigen Spielerinnen, der ganz, ganz wichtigen Spielerinnen hier im Team der Gäste von Frisch auf Göppingen. Und hier sehen sie den Trainer von Göppingen, Alexander Knezevich. Ja, da waren sie etwas zu langsam hier über Esther Mohr. Lücke war da, aber bis sie da war, da war sie einfach zwei Schritte zu spät. Also schaffen sie es jetzt, die Führung wieder zurückzuholen. Esther Mohr, schön, versucht da vorbeizugehen. Und dann vielleicht nochmal das Anspiel auf Silvia Solic zurück. Das wäre dann so das Perfekte gewesen. Naja, und vor allem sie hat auch einen Riesensprung jetzt wieder gemacht. Die ganze Mannschaft merkt man einfach in einer ganz anderen Verfassung jetzt, da die Miezen den ersten Pflichtspiel-Sieg gewinnen konnten. Denn, oder einfachen konnten, denn im Pokal, da gab es eben den ersten Sieg in dieser Saison. Gegen den Zweitligisten, gegen die TSG Obereschbach. Ein Sieg mit über zehn Toren Vorsprung. Der natürlich dann ein wenig Selbstvertrauen geschenkt hat. Endlich ein Spiel nach Hause gefahren zu haben. Und der geht nur an den Pfosten da von Marta Pielmeier. Die hatte zwei gute Partien zuletzt gespielt. Heute kommt sie noch nicht richtig in Gang. Aber der Ball erstmal nicht im Tor. Es gibt einen Wurf an der Ecke. Der Block war dran. Wieder Schuss und jetzt ist die Führung wieder bei den Gästen. Und wieder war es Beate Schäfknecht. 18 zu 19. Also der neue Spielstand in der Arena. Die Miezen jetzt wieder im Hintertreffen. Ja, und da reagieren sie auch sofort. Christina Kabeza und Jana Arnoschauer. Das Trainergespann der Miezen nimmt die Auszeit. Und bespricht sich nochmal neu. Da sehen sie die drei Torhüterinnen. Dani Vogt mit der 12. Im Moment im Kasten. Wirklich sensationell, was sie dir in diesen 15 Minuten bis jetzt gezeigt hat. Jessica Koeckler und Verena Flöck. Nehmens mit Humor. Und das ist ja auch ganz wichtig. Das ist nicht nur Kampf gegeneinander auf so einer Position. Und als Torhüter hast du halt einfach immer einen großen Kampf. Denn es gibt nur einen, der gleichzeitig auf dem Feld stehen kann. Und da sieht man es. Sie wünschen ihr alles Gute. Hoffen, dass sie hier in der nächsten Viertelstunde genau so weitermachen kann, wie bislang. Denn dann haben die Miezen hier eine realistische Chance. So, und weiter geht's also. Der aktuelle Spielstand 18 zu 19. Es läuft die 47. Spielmacht. Und jetzt gibt's nochmal Freiwurf hier für Nathalie Adeberg. Göppingen jetzt mit einer ganz offensiven Deckungsvariante. Da tun sie Miezen sich häufiger schon schwer oder taten sich schwer in dieser Saison. So, wer bekommt jetzt die Chance hier zu schießen? Kreuer setzt sich durch. Kann aber hier nicht verwandeln. Ist jetzt dreimal in dieser Partie getroffen. Ja, da ist er. Da ist er. Das ist Tor Nummer 4 für die Dame mit der 47. Die Dänen in Diensten der Trierer Miezen bringt die Mannschaft wieder zum Ausgleich. 19 zu 19. Tor Nummer 4 für Maria Kreuer. Aber trotzdem haben sich jetzt natürlich die Vorzeichen wieder geändert. Jetzt müssen die Miezen einem Rückstand hinterherlaufen. Und Göppingen hat die Möglichkeit hier vorzulegen. Schussgelegenheit und Danny Vogt hält. Aber das ist ganz klar nochmal Freiwurf. Danny Vogt sehr sicher. Blatt lange stehen. Das ist natürlich auch ein großes Maß an Erfahrung. Und wieder Parade. Wieder Parade von Danny Vogt. Das ist ja zum Haare raufen hier für Göppingen. Die kriegen einfach ihre Tore nicht gemacht. Und jetzt die Miezen mit der Chance zum 20. Tor in dieser Partie. Und damit der Chance zur erneuten Führung. Und da ist der Platz frei für Silvia Solic. Die hier einlocht zum 20 zu 19. Die Miezen damit wieder in Front. Leider nur rund 650 Zuschauer wieder mal in der Arena. Die Zuschauerzahlen in dieser Saison bislang nicht so berauschend. War ja oft der Fall zu Saisonbeginn. Und dann am Ende waren es dann über 1500 Zuschauer. Aber die Mannschaft braucht natürlich auch jetzt die Unterstützung. Und wenn jetzt endlich mal ein Erfolgserlebnis, ein Sieg gefeiert werden könnte. Denn spannende, knappe Partien hatten wir jetzt schon einige. Also Werbung in der Richtung gab es genug. Aber der Erfolg ist eben ausgeblieben. Und vielleicht jetzt heute mal die Chance alles gut zu machen. Aber auf der anderen Seite, was passiert wenn Sie das auch verlieren? Und wieder sehen Sie wie Vogt einfach steht. Einfach steht und die Bälle wegnimmt. Die sind natürlich nicht präzise geschossen. Aber sie hat diese Ruhe einfach auch stehen zu bleiben. Und das macht natürlich den Gegner wahnsinnig. Aber hier kann sie jetzt auch nichts daran ändern. 2020 wieder Beate Schäfknecht, die hier trifft zum Ausgleich. Neun Minuten gut sind noch zu spüren. Und es geht hier wirklich immer hin und her. Pielmeier verschießt wieder. Die kommt nicht in die Partie rein leider heute. Und da ist die Konsequenz daraus. Wenn man vorne verwirft, hat man eben hinten die Gefahr, in Rückstand zu geraten. Alena Wojtiskova mit dem 20 zu 21. Wann entscheidet sich diese Partie hier? Nichtmals mehr neun Minuten sind zu spielen. Wann kippt das hier in irgendeine Richtung? Die Miezen müssen treffen. Und wer kann? In diesem Angriff leider nichts. Und damit jetzt die Chance da, beim Stande von 20 zu 20, dass Göppingen hier wieder in Führung geht. Und Vogt fischt den wieder raus. Es ist wirklich unfassbar, was sie da heute rausnimmt. Man sagt ja bei Torhütern, alles, was über 50% in der Quote liegt, ist schon sensationell. Sie ist im Moment weit, weit, weit darüber. Nächster Ballverlust wieder. Diesmal vorne bei Silvia Solic. Und damit die Chance für Göppingen. Da wird richtig gekämpft. Viele Zeitstrafen haben wir zu Beginn der Partie gesehen. Und da ist die Führung Alena Wojtiskova. Hier mit dem 20 zu 21. Keine acht Minuten mehr, Göppingen führt. Offensive Deckung hier gegen Katrin Schneider. Die also aus der Partie genommen, dafür etwas mehr Platz. Und da ist der Treffer. Und jetzt ist Pilmaier rausgegangen. Und Judith Derbach auf der Platte. Erstes Tor für sie heute. Ausgleich. 21 beide. Sie müssen jetzt einen Ball hinten erkämpfen, damit sie in die Chance kommen, hier wieder selbst in Führung zu gehen. Aber wenn ich das richtig sehe, dann hat der Treffer da nicht gedolken. Denn auf der Anzeigetafel steht 20 zu 21. Das bedeutet, Göppingen hat die Chance hier zu einer Zwei-Tore-Führung. Aber die abgewendet. Und wer soll es schon anderes sein? Dani Vogt. Unfassbar. Also entschuldigen Sie ein bisschen diese Verwirrung. Jetzt aber die Anzeigetafel in der Arena da jetzt in den letzten Minuten nicht immer ganz korrekt. Da wurde ein paar Mal hin und her geschaltet. Man erscheint sich aber mit den Schiedsrichtern da jetzt geeinigt zu haben. Also 20, 21. Silvia Solic, Steißer. Jetzt aber wirklich dann der Ausgleich. Nochmal zum Schiedsrichter schauen. Gilt der Treffer? Jawohl, er gilt. 21, 21. Das wird hier ein Herzschlagfinale. Unfassbar entspannen. Und Göppingen mit einer Zeitstrafe gegen Nicole Dinkel. Das heißt, die Miezen jetzt in Überzahl. Und daher auch die Reaktion von Gästetrainer Alexander Knesevic beim Stande von 21 zu 21. Und gut sechs zu spielenden Minuten noch nimmt er die Auszeit. Mit seiner Mannschaft also in einem Drittel der verbleibenden Spielzeit hier in Unterzahl. Mann, was ist das spannend. Die Mannschaft scheint mir sehr selbstbewusst, scheint mir wirklich keine Angst zu haben jetzt vor dieser Schlussphase. Das ist anders, als wir das zuletzt erlebt hatten in den Partien. Und das ist natürlich dann auch der Unterschied, der hier am Schluss entscheiden kann darüber, ob die Miezen die Chance haben erst mal und auch nutzen, diese Partie hier tatsächlich mit einem Punkt gewinnen oder vielleicht also bei dem Sieg abzuschließen. Das wäre in jedem Fall eine kleine Sensation. Denn Göppingen zwar auch erst mit vier Punkten, aber wenn man da das Programm anschaut und auch ein bisschen anschaut, wie die in letzter Zeit dann gespielt haben in den letzten drei Partien, dann muss man die einfach deutlich stärker anschätzen als die Miezen nominell. Und jetzt sind sie auch eben wieder in Führung gegangen und die direkte Antwort von Judith Derbach. 22, beide wieder. Jetzt hat sie dann wirklich ihr geltendes Tor vorhin anscheinend im Raum gestanden, soweit wir das von unten her klären konnten. Aber sie müssen natürlich einen Ball gewinnen und da wäre es fast passiert. Denn sie müssen jetzt eben in Ballbesitz kommen, um aus diesem Unentschieden dann eben auch nochmal eine Führung zu machen. recht offensive Deckung jetzt hier, zweimal Mann gedeckt und der Ball ist weg. Der Ball ist weg. Reiß ab für Dani Vogt und die Chance für die Miezen zur Führung. der Bach, der ist drin. Ja, Junitz! 24. Spielminute, die Miezen in... 24 ist natürlich Quatsch. 56. Spielminute, die Miezen in Führung mit 23 zu 22. Hier riecht es nach einer Sensation. 23 zu 22. Die Miezen jetzt gleich... wieder gleichzählig und da Adelberg, das gibt zwei Minuten. Der geht ins Gesicht. Ich denke, sie hat da so ein bisschen auf Stürmerfoul spekuliert und ich glaube, Christina Cabetha auch. Naja, sie hat gestanden, das kann schon, kann schon sein. Und normalerweise wissen die Spielerinnen, wenn sie es so oder so machen. Und Cabetha, die ist richtig stinkig jetzt da. Und jetzt bekommt sie die gelbe Karte dafür. Naja, so ist der Sport. Aber das kann jetzt natürlich auch entscheidend sein, denn jetzt sind die Miezen in Unterzahl in der Hälfte der verbleibenden Zeit. Ich hoffe mal, dass Cabetha da nicht auf Spanisch geschimpft hat. Da kann sie auch Pech haben. Das... Der Schiedsrichter das versteht und ja, in Unterzahl jetzt dann der erneute Ausgleich für die Gäste 23, 23. Keine vier Minuten mehr zu spielen. Trier muss jetzt aus jedem Angriff einfach ein Tor machen. Damit das hier irgendwie mit den Punkten oder den Punkt ja zumindest mal nach viel mehr sieht es im Moment nicht aus reichen kann. So, Litsch. Und er ist drin! 24, 23. Drei Minuten zu spielen die Miezen in Führung in der Arena Trier und äh... das ist jetzt wirklich unfassbar spannend. jetzt in der Abwehr einen Ball holen und das Ding hier ist fast zu Hause. Jawoll! Aber es gibt noch mal Fragen. Dani Vogt hat sich da natürlich Zeit gelassen den Ball rauszuholen aber die Uhr steht sowieso denn die Schiedsrichter lassen nochmal wischen. Wer hat jetzt die besseren Nerven? Flattert den Miezen angesichts eines möglichen Sieges hier dieselbigen? Oder ist vielmehr Göppingen hier verwirrt und wollte eigentlich gegen den Tabellenletzten gegen die Trierer Miezen die in allerletzter Sekunde erst wieder in die erste Liga gekommen sind nachdem Frankfurt Insolvenz angemeldet hatte? Oder sind die jetzt vollkommen nervös? Unglaublich! Wieder Ballgewinn hinten bei Dani Vogt und wieder die Chance für die Miezen zum Tor zu kommen und das wäre dann eine Zwei-Tore-Führung das wäre eigentlich doch schon die sichere Miete. Aber Freiwurf für Trier Sie müssen ein Tor machen und alles scheint hier geklärt aber erst mal durchatmen angesichts von noch sechs Sekunden in Unterzahl und gut zwei Minuten noch zu spielen erst mal die Auszeit genommen von den Miezen von Trainer Gespannka Peter Arnoschok und für die könnte das auch der erste Pflichtspielsieg in der Liga sein im Pokal da haben sie wie gesagt schon gefeiert aber jetzt endlich in der Liga auch sechs Spiele ohne Sieg und jetzt heute ausgerechnet gegen Göppingen gegen die man alles andere als Favorit ist ausgerechnet da heute ist es jetzt drin oder bricht das Ganze am Schluss wie ein Kartenhaus wieder in sich zusammen wir gönnen es der Mannschaft so sehr endlich die ersten Punkte zu holen also auf geht's Arena Trier hier sitzt definitiv keiner mehr Solic ganz über die Außenbahn versucht sie es und jetzt ja nicht Solic pardon das war Megan Vallee und die kann ja von da schießen aber denke ich richtige Entscheidung hier stattdessen den Freiburg zu nehmen das ist jetzt natürlich auch die Frage wer hat jetzt hier den Mumm wer nimmt den Schuss Anspiel an den Kreis oh und da unten Alexander Knezowitsch haben sie das gesehen wie wild geworden und er steht ja schon im Feld schauen sie mal da unten der steht im Feld die orange Linie das ist die Auslinie und Knezowitsch steht mit beiden Beinen voll im Feld ein Tor für die Miezen und alles ist vorbei aber sie schaffen es nicht Katrin Schneider scheitert es und Göppingen mit der Chance seinerseits wieder auszugleichen aber es wäre noch die Zeit dafür die Miezen zu reagieren und wer hält ja wer wohl Dani Vogt hält sie hier den Sieg also den Punkt den haben die Miezen sicher jetzt ist noch die Frage Sieg für Göppingen äh Sieg für die Miezen oder Unentschieden noch mal Ballbesitz für die Gäste und fast wäre der Ball da gewesen und wieder hält Dani Vogt und jetzt Ballbesitz für Trier und das muss es doch gewesen sein das muss es doch gewesen sein Dani Vogt jetzt einfach die Zeit runterspielen bloß kein Ballverlust aber natürlich geht Göppingen jetzt in eine offensive Deckung Trier führt mit einem Tor und was ist das nein um Himmels Willen da gibt Trier den Ball nochmal aus der Hand das darf doch nicht wahr sein wenn Göppingen jetzt trifft dann haben sie den Sieg hier definitiv verschenkt vier Sekunden Zeit bleiben noch für die Gäste vier Sekunden Bibbern für die Miezen wie kann man in so einer Situation den Ball dann so leichtfertig nochmal verlieren das ist schwierig gegen so eine Mann Deckung aber da muss man einfach so cool sein und das dann durchziehen Knetowitsch hat sich jetzt hier nur seine sechs Feldspielerinnen genommen alle anderen die auf der Bank sitzen Klappe halten sitzen bleiben fünf Sekunden noch laut offiziellem Spielbericht sind es sogar nur noch vier also eine Sekunde Unterschied zwischen dem was in den beiden Berichten steht aber am Ende zählt die Uhr der Schiedsrichter und deswegen denken wir mal dass die fünf Sekunden gelten unfassbar knapp es ist hier tatsächlich so dass Göppingen jetzt diesen einen Treffer macht und damit den ersten Saison sieht der Mietzen wieder zunichte macht Dinkel der ist ganz frei aber das ist unfassbar das ist unfassbar Dani Voigt ist definitiv die Matchwinnerin und die muss jetzt einiges aushalten unglaublich Dani Voigt fischt hier in ihrem ersten Bundesligaspiel seit ihrem Weggang bei den Mietzen sie ist ja jetzt zum ersten Mal über so eine Zeit wieder auf der Platte gewesen und da fischt sie hier einen nach dem anderen raus und dann auch noch dieser Ball mit der Schlusssirene hält sie einen komplett freien Schuss von Dinkel und sichert den Mietzen damit den ersten Saisonsieg 24 23 das ist das Endergebnis hier in der Arena Trier die Mietzen mit dem ersten Sieg und das bedeutet auch dass die Mietzen einen Platztausch vornehmen mit Benzheim und damit runter sind vom Abstiegsplatz so schnell kann das manchmal gehen denn die sind jetzt im Torverhältnis zwei Tore besser wie lange das hält angesichts der kommenden Aufgaben Oldenburg Buxtehude und den Thüringer HC natürlich auch das wird man erstmal sehen müssen aber trotzdem jetzt erst einmal feiern glücklich sein und vielleicht ist das der entscheidende Knoten der heute hier in der Arena geplatzt ist zwei Siege in zwei Pflichtspielen in Folge das kann der Mannschaft nur Auftrieb geben und ja sie haben es verdient sie waren so knapp davor in vier Spielen hätten sie es eigentlich zu Hause irgendwie schaffen können es hat dann irgendwie nicht sollen sein aber heute hat es auch irgendwie geklappt also manchmal gibt es dann doch noch Gerechtigkeit auch nachgelagert wir haben uns gefreut heute dabei gewesen zu sein bei dieser Begegnung und sind natürlich auch bei den nächsten Heimspielen dann wieder für sie am Ball am 30. Oktober geht es weiter wie gesagt dann gegen Buxtehude herzlichen Dank dass sie eingeschaltet haben hier bei 54 Sport seien sie auch das nächste Mal wieder mit dabei danke fürs einschalten bleiben wir uns gewogen tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal